Es gab Freistoß und Sie ahnen es schon, Hans-Hendrik Andreasen und Javier Arismendi lenkt den Ball ins eigene Netz. Die Dänen führten durch ein Eigentor von Angel Javier Arismendi de Lucas, der mal vor drei Jahren für 12 Millionen nach Valencia gewechselt war, 1-0. Das war schon von Hälfte 1, die Halbzeit hatte mehr Höhepunkte.